Ja, Leute und in diesem Video bzw. mit dieser Playlist will ich was anfangen und zwar, ich will jetzt so eine Playlist erstellen, wo ich ab und zu solche Schnipsel-Videos raushaue, die relativ schnell gehen und immer so ein paar allgemeine Sachen zeigen. In diesem Video will ich dir zeigen, wie man das hinbekommt, hier zum Beispiel zwei Szenen oder zwei diese View-Controller, wie bekommt man den Übergang dahin. Da zeige ich das Ganze mal hier, das ist der erste View-Controller, hier ich drücke auf Second, dann komme ich halt in den zweiten, wenn ich auf First drücke, komme ich wieder in den ersten. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. So, dafür habe ich schon mal ein neues Projekt erstellt, habe hier den ersten View-Controller und übrigens hier dieser Pfeil, der bedeutet eben, dass dieser View-Controller eben der erste ist, der geladen wird, wenn die App eben startet. So, ich haue da jetzt mal einen zweiten rein, hier unten aus unserem Objekt-Ding-Library, den zweiten View-Controller und dann suche ich mal nach einem Button und füge hier einen Button hinzu. Den kann ich einmal kopieren, füge das Ganze dann hier auch nochmal hinzu. Alles klar, hier nenne ich das Ganze mal Second, machen wir das vielleicht auch mal direkt Second View, dann ist das vielleicht ein bisschen klarer, Second View. Und hier nenne ich das Ganze First View aus Claw. Dann machen wir folgendes, die machen wir nochmal schnell hier Alignment, Horizontal, Vertikal, so dass der in der Mitte ist und den genauso hier unten auf Alignment diese zwei Balken, dann Horizontal, Vertikal. Alles klar, das sind die in der Mitte. Jetzt mache ich mal noch schnell den Hintergrund, hier nämlich im View, dann haben wir hier diesen Atrop-Inspektor, Background, machen wir mal die Farbe Grau war das glaube ich, genau. Und dann von dem zweiten View-Controller mache ich mal den Hintergrund, vom View machen wir den Hintergrund, Background, irgendwie orange oder sowas. Das sieht irgendwie nicht so toll aus, dann machen wir es mal rot oder hier so hellblau oder türkis oder sowas. Alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich, denn wenn ich jetzt zum Beispiel die App starten würde, dann würde ich eben nur diesen grauen Hintergrund hier sehen, weil dieser Pfeil hier ist und ich keinen Übergang zu diesem, ja zu diesem zweiten View-Controller gemacht habe. Ja und wir sehen jetzt eben, wenn ich die App starte, eben nur den Second, wenn ich drauf drücke, passiert gar nichts. So, wie bekomme ich den Übergang hin? Das geht wie folgt, wir drücken mal hier auf Second View, halten mal Control-Taste gedrückt und ziehen das Ganze jetzt rüber zu dem anderen View-Controller. Lassen wir es mal los. Dann erscheint hier eben so ein, ja, kleiner schwarzer Kasten und wir drücken hier mal auf Show. Ich zeige gleich mal den Unterschied zwischen den Dingern. Und was machen wir jetzt mit First View hier, diesem Button? Ich wähle auf den ersten View-Controller zurück, also das gleiche Spiel. Control gedrückt halten. Wir ziehen, Moment, beziehungsweise zweite Möglichkeit ist auch, wir drücken hier in dieser Baumstruktur auf First View, drücken dann Control und ziehen das eben dann hier zu diesem View-Controller. Und drücken wir auf Show. Dann sehen wir jetzt eben, dass wir hier solche, ja, solche Pfeile sich bilden. Wenn ich jetzt das Ganze starte, dann wirst du eben sehen, wenn ich auf diese Button drücke, dann passiert eben dieser Übergang zu dieser nächsten Szene, beziehungsweise zu dem nächsten View-Controller. So, wir lassen mal die App starten. Wir sind jetzt bei Second, also ich drücke da jetzt mal drauf. Zack, bin ich jetzt in dem zweiten View-Controller. Wenn ich jetzt hier wieder drauf drücke, dann bin ich wieder zurück. So, was ist jetzt der Unterschied, vielleicht ganz praktisch zu wissen, zwischen diesem Show und diesen anderen Dingern? Und zwar, wenn ich hier mal auf diesen Pfeil drücke. Wenn ich jetzt auf den Pfeil drauf drücke, übrigens diese Übergänge, die heißen eben Segway und Segway, wenn man sich das übersetzt, ist eben Übergang. Da steht dann auch hier, wenn du mal guckst, hier mit diesem View-Controller Punkt 10 in diesem Baum, dann haben wir Show Segway to View-Controller, Show Segway to View-Controller. Alles klar, jetzt nehmen wir mal, lassen wir mal gedrückt und hier im Attribute-Inspektor, das ist hier dieser mit dieser Spitze am Ende, das ist Attribute-Inspektor. Und hier steht jetzt Kind, also welches Ding haben wir da gewählt, welchen Übergang haben wir gewählt, nämlich Show. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Presented Modeling drücken, dann öffnen sich hier ein paar neue Optionen, Presentation und Transition. Und Transition ist ganz cool. Transition ist eben so ein effektvoller Übergang und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ups, ich wähle jetzt einfach mal hier zum Beispiel Flip Horizontally und ich drücke nochmal auf One. Also ich starte die App einfach mal und dann schauen wir mal, was sich verändert hat. So, wenn ich jetzt auf Second View drücke, passiert kein Unterschied, das fährt von unten nach oben. Wenn ich jetzt auf First View siehste, zack, flippt das jetzt eben einmal rum, weil ich jetzt eben diese Transition gemacht habe. Also, ganz kurz, was ist jetzt das Wichtigste, was du aus dem Video mitnehmen solltest? Für diese Übergänge, unter anderem, da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, sind diese Segway zuständig. Das ist eben auf Deutsch Übergang. Also das Spiel ist immer das Gleiche. Wenn du hier einen Button hast oder was auch immer, dann drückst du immer Control und hältst gedrückt und schiebst das Ganze dann eben, oder verbindest das Ganze eben zu dem Controller, wo du hin willst, lässt los. Dann öffnet sich hier eben so ein Fenster, Action, ein Segway. Also kannst du dann hier auswählen, wie dieser Übergang passieren soll. Ja, und das war es erstmal zu dem Video. Und wenn dir das gefällt, dass ich öfter jetzt kürzere Videos mache, weil, also der Plan dahinter ist eben, dass ich öfter mal unter der Woche einfach mal so ein kurzes Video raushauen kann, gib mir einen Daumen hoch oder schreib mir das in die Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal.